An deiner Stelle würde ich mir um Bärchensnerven-Sorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit in deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sensibel heute. Hätt's mir mal vorher sagen können. Bis ich sonst einen Frauenfall stehe. War so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu einer Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Seit wann geht das wieder? Herrgott, das war doch nur ein paar Mal. Ich hab sie zufällig im Schröders wieder getroffen. Hast du dir ein bisschen dein Ego polieren lassen? Och, hab ich was bei dir gesagt? Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft gekündigt, als jeder was zusammen hatte. Mike ist auch nicht halb so alt wie du. Was macht er überhaupt bei dir in der scheiß Galerie? Anstoßen. Mike wird im Herbst euer Teamleiter. Das ist nicht witzig. Er war ganz gut. Das ist nicht witzig. S Hab ich mit ihm. War ganz gut. Untertitelung des ZDF, 2020